ja herzlich willkommen noch mal liebe leute zu rayman legends und richtig geil also ich habe das jetzt noch mal gemacht Omas Welttour in 8p und ich bin euch das jetzt schuldig und dann werden wir die Origins fertig machen also das ist so geil sag ich euch wirklich das ist so geil und ja da machen wir wie gesagt einmal die Origins Lever Part, was sind das jetzt, vor Part 17 Shit, das ist echt schwer aber schaffen wir, gell? Ja 17 ist es, genau muss 17 sein, genau da werden wir Origins danach machen, dass das abgeschlossen ist und dann hätten wir noch die Time Runs Das ist so geil, man, oh Mann, Leute, ist das geil, ne? Uhhh 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 Geil Leute! Geil! Ja Part 17 muss es sein. Laut meiner Logik. Und wieder mit den coolen Raymen. Und das seht ihr, alles Gold. Und dann später machen wir noch die Time Rounds, vielleicht nochmal im extra Part. Der Rest. Weil seht ihr, Platin habe ich da noch die zwei. Das ist auch alles schon Platin, habe ich euch eh gezeigt. Blablabu, Heroes. Genau, also gehen wir mal zu The Origins und also voll geil, oder? Fängt eine Partie schon mal nice an. Also ich finde auch, Raymen Legends ist wirklich ein riesiges Spiel. Ein, ein, ein geiles Spiel. Ähm, na cool. Schatz, äh, Truhe. Also schon richtig schwer, oder? Sonst ehrlich? Also war jetzt schon schwer. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob sich das noch ausgeht, gell? Also da will ich mit euch aber jetzt auch gleich direkt 100 Prozent, also hm. Ich führe mich noch nicht, ne? Das war echt schwer, ne? War das überhaupt drei? Okay, waren drei. Hm. Aber gerade zu wenig, wa? Ja. Naja, okay. Aber es gibt wieder was zum Aufrubbeln. Ähm, und ja, also ich finde es richtig cool. Moräne aus der Tiefe. Oh je, was war denn das schon mal wieder? Oh Gott. Du-du-du-du-du-du... ...dur-du-du-du-du-du... Nein. Lol. Okay. Siebzehnter Part muss es sein, ne, haben wir gesagt. Ich glaube, der ist trotzdem geil, der Boss. Okay, alles machen wir, ich weiß nicht, ob das so cool ist. Okay. 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 Das war's für heute. Schreck gestartet eigentlich, aber... So ein bisschen retten kann ich an. Den kenne ich noch, oder? Ich weiß es gerade echt noch. Oh, wie knapp! Egal. Okay, das ist machbar. Dabei ist es noch machbar, sagen wir mal. Du Arsch! Ah, komm! Oh Gott, ich habe schon gedacht, immer alles. Nein, das wäre doof. Okay. Also, jetzt wissen wir, dass es da unten ist, am Schwanzerle. Ja, ich meine, wenn man es weiß, dann eh schon wissen. Uh! Ah, okay. So gierig auch nicht sein. So gierig auch nicht sein. Ah, okay. Die Pause, ich sag's ja. Bleh! Einfach bleh! Ach so! Kann ich schon vergessen? Ich beiß die Nosen, Mann! Oh Mann! So, jetzt komm! Ja, das ist ja voll der Cheese dann. Also, wie man es weiß, oh Gott! Oder? Ich habe echt keinen Bock mehr. Jetzt schon! Wieder keinen Bock mehr! Die Phase ist so nervig! Boah! Wo ist denn hin, Digga? Ah! Ach, das ist echt. Wenn der so eine Wundstelle da so kurz immer hat. Also, jetzt konzentrier dich, komm! Kann ich nicht sein! Boah, ich muss mit mir schimpfen. Okay, ich geh mir so ruhiger an jetzt. Sag ich mal. Also, der geht immer dahin, wo ich bin. Logischerweise. Also. Oder so. So, was ist jetzt die 3? Oh shit! Da hätte ich gleich ins Maul können. Shit! When? Oh shit! War ich auch relativ. Ich bin Animal. Human, ne? Oh nö, come on. Keine 300. Okay. Schon wieder nervig irgendwie, ne? Platin, ja, aber ich will ja... Ja, ich will, ne? Ich will. Ich will. Also, wie viele waren es da? Muss besser gehen. Ja, gut, das macht auch was aus. Bevor wir gar nichts gehabt. Seh ich auch nicht optimal, ne? Ja. Ich meine, die Schatztruhe, die haben wir ja gleich, gell? Das ist sicher jetzt nicht das Problem. Ja, 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 ja. Ne? Ja, 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 ja. Ne? Was ist da los? Der Boss war ja cool. Er war jetzt nicht ganz so schlimm. Aber ich muss schauen, dass ich noch mehr mitnehme beim Boss. Dann noch ein. Ja, ich weiß nicht, ob ich alles brauche. Ich hoffe nicht. Alter, fick dich ins Knie, okay? Ja, ich weiß nicht. Komm jetzt. Jetzt sollte fast ein Herz haben. Merk ich wieder. Aber man kriegt ja gar keine Punkte für das Durchhauen. Super. Dann. Ah. Fick. Ah, ich kann so nicht. Wir fahrten noch gefällt. Ich weiß es ja schon wieder nicht mehr. Ah. Ohne Herz? Puh, ja. Warum hab ich eigentlich kein? Das ist ein gutes Problem. Warte, will man beim Boss grad weggehen? Dings, ne? complications cardio. Ah. Zicks. IchFrage. Da. Was will man beim Boss? W theater aunts mit? W importa ein Winters im Garten. W abbrevi ganz cluttertern. Dings. Ich habe nicht alles gelesen, wenn es decor Sarah nimmt. Bis zum nächsten Mal. Mit der Kanne 100. Bisschen wir forschen. Na wohl. Oder? Puh. Okay, das war schwerer als ich dachte wieder einmal. Weil wenn man alles einsammeln muss. Eklig. So, und da waren es jetzt 300, glaube ich. Also, konzentrieren. Das brauchen wir gleich. Alles gleich doppelt. Haben wir schon gewohnt haben. Und das sind 300, glaube ich, bei einer oder so. Das ist wichtig. Wie soll ich das alles holen? Oh Mann. Bitte. 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 Oh nein. Alles neu, oder? Oh Gott, ich bin so behindert. Ja, und solche Sachen habe ich halt dann alles immer aufgesprungen gemacht. Gell? Das wisst ihr dann, gell? Genau. Na? Ich weiß nicht, ob das Sonne wieder nicht reicht, ha? Lass mir jetzt schon wieder. Ja. 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 Ich weiß nicht, wie soll es jetzt so weit fallen gewesen? Hä? Was war denn das? Habt ihr es gesehen? Also irgendwie hat das nicht ganz pass, glaube ich. Naja. Jetzt machen wir es aber, komm. Naja, 100% sind 100% Leute, ne? Also, was ich auf jeden Fall nicht mache, sind die 1 Million Lums, oder wie die heißen. Das ist immer zu heavy, ne? Naja, aber sonst? Also mir kommt vor, dass wir jetzt ein bisschen Buggi. Naja, aber sonst bist auch alle planen. Hä? Hä? Schau mal. Da kommt mal in der V-M2! Hä? Warte. Das ist wie vorerst, ne? Also, muss ich da jetzt extra schlechter tun am Anfang, oder wie? Ich meine, da kommen zwei, habt ihr das gesehen, oder? Das Herz brauche ich eh nicht kommen, wenn man ehrlich ist. Na ja, Leute, habt ihr es ja gesehen, oder? Ja, im Munker haben wir, ich hab echt, wirklich, jetzt ist es wieder so weit. Ich meine, ihr kennt euch ja auch, wie gesagt, dann nachher im nächsten Part, aber ich will nicht. Ich will jetzt alles, jetzt. Also, wenn der so kommt, der kann sich gar nicht mehr ausweichen, wir sollen dann das Viech kriegen. Wisst ihr? Also, das kannst du mir nicht erzählen. Das regt mich grad so auf! Oh, come on, ey. Wenn das jetzt wieder nicht reicht, ne? Also, irgendwas passt doch nicht. Der ist jetzt da hinten, oder? Hä? 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 Wie soll das denn da zwei? Wann da immer schon zwei? Das kommt mir kaum mit vor. Fick dich, aber jetzt bin ich alles rein wieder, oder? Ja, fick dich. Fick dich! Mei, du scheiß Quale, schleich dir mal! Boah! Boah! Ui! Alter! Ich bin fast grad Zeit mehr. Wann brauch ich mich für den Mist? Alter, Freda, ne? Oh Gott, ich muss da ein bisschen langsamer drin extra. Also, ich weiß schon, das ist immer so. Also, jetzt reicht's, oder? Jetzt ist ja wohl einmal genug, oder? Ja. Ich werde wohl die Origins-Lariats-Bit-4 insgesamt schaffen. Ich weiß nicht. Alter, der Boss, ne? Ja. Wieso bin ich jetzt überhaupt gestorben? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Da kommen wir wirklich immer 2 oder was? Ich versteh es nicht. Aber das steht immer so dran. Oh, das war schlecht. Das reicht? Keine Ahnung. Das wird nicht reichen. Weil, ja, das wird nicht reichen. Das muss perfekt sein wahrscheinlich. Nein, das reicht nicht. Alter Schwede, Leute. Was den Scheiß. Hä? Nein, das kann nicht sein. Dann soll ich die 100% dann echt im nächsten Part sein. Also, ich hole es vielleicht offline dann. Wie immer. Das will jetzt keinen anderen da. Also, das ist merkwürdig, sagen wir mal so. Wenn du so schnell bist, dann kommt der andere gar nicht so schnell. This is crazy, ja. Ah. So schaut es aus. Na ja. Jetzt geht es jetzt dann außer. Gut. Gut. Also jetzt den Kack-Boss schoffen, Mann. Ah. Guck an Bock. Aber ja. Ist machbar, ne? Aber ja. Ist machbar, ne? Ach, das geht ja gar nicht. Oh Gott. Fuck you. Fick dich. Du Eleniger. Oh. Wie haust du denn, Boss? So, jetzt komm her, Geid. Direkt in dein Maul, Digga. So. Hast du davon. Ja. Machen wir den da. Hä? Okay. Okay. Nein. Okay. So safe war das gar nicht. 300, ne? Uiuiui. Okay. So. Da haben wir jetzt wirklich die 100%. Den glückslos machen wir nachher noch. Ab ins nächste Level. Puh. Da dauert alles hier. Da haben wir auch alles. Außer die letzten zwei. Also. Nochmal konzentrieren, Digga. Beidl, komm. Das kann es ja nicht sein hier, ja? Weißt du? Oh nö. Gar kein Bock auf das jetzt eigentlich. Oh. Aber das auch wieder öfter machen muss. Oh. Aber das auch wieder öfter machen muss. Oh. 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 So. Wellingt. So. Nur zu viel Neustart, das wäre wichtig. Neustart sag ich schon am höchsten. Danke für... Komm jetzt, dann machen wir gleich etwas Krasses. Das war zu viel des Guten. Also nicht zu viel riskieren, unnötig. Letzte Sekunde, allerletzte war das. Was ich denn noch kriege? Dramatische Musik? Weil... Pumpen! Was war denn das Schnelles? Weiß ich gar nicht mehr. Muss ich den da hinlenken? Ne. Hätte das sein können, aber... Also ich habe keinen Bock zu sterben jetzt mehr. Echt. Das darf ich gar nicht sagen, ne. Ja, weil... Prom passiert. Es ist jetzt mit 300, oder? Dann hätte ich es ja jetzt fast. Oder wieder mehr. Ich vergiss es immer. Ja. Oder 600. So wird es weiter geht, Gott. So krass. Ich glaube, das ist noch mehr. Ich glaube, das ist noch mehr. Oder eh nicht. Hab ich überhaupt alle? Keine Ahnung, du. Puh. Okay. Stark. Das ist cool. Okay, jetzt der... Mutterbose, wie der heißt, ne. Großmutter. Das war wie? Ne. Auf jeden Fall, der ist so eklig. Die Mutter der Albträume. Hm. Das darf ich wieder auswendig lernen. Das weiß ich noch. Instant Dave ist das, glaube ich, auch oft gewesen. So ungefähr habe ich es mir vorgestellt, gleich zum Start, ja. Alles auf der Hand bleiben, oder? Ich glaube. Ah, so war das. Wo bin ich? Ach so. Ups. Ach so, ups. Ah ja, tschüss. Herrlich, oder? Ist der Boss nicht schön? Ich feier den, ja. Massachastisch, ja. Also für den, der es nicht verstanden hat. Da bin ich. Ach so, da bin ich. Ja. Mach's Spaß in der Lava, ja. Der Boss, wirklich, der ist so zum Schreiben, ne? Oh Gott. Wenn man auswendig kann, weißt du so? Ja, der war ja wieder. Kann ich eigentlich schon vergessen, oder? Also, da bleibe ich, okay? Nicht, aha. Alla die, ne? Die Physik. Herrlich, Leute, ich sag's euch. Achso, da steht's glänzend, stark. Komm jetzt, Paddel. Einmal zusammenreißen, ha? Wie wär's? Also, es ist schon der zweite. Ja, aber erst einmal hin. Oh. Das war dumm. Hm. La 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 la. Tschüss. Tschüss. Was ist das? Alter, was denn Bullshit? Jetzt wisst ihr was ich machen, gell? Ich bin ein scheiß Boss. Was ist das? 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 Was? Alte Schule habe ich gerade... Ah, 66, nice. Okay, wo ist denn... Bin ich da oben? Nochmal konzentrieren. Das war der erste. Ah, der zweite. Genau, wo ist denn der dritte dann? Hat er nicht erwischt gerade? Da hört man ihn ja an. Das war der dritte. Das war der dritte. Ich weiß nicht, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, aber ich weiß nicht. Wo ist denn mein... Wo ist denn das letzte Viech dann? Das ist eins. Das ist mein Volk. Der dritte. Das ist ein Volk. Der dritte ist für diesen Spuren. Uff. Das ist mein Volk. Da muss ich nicht. Der dritte. Der dritte ist. Ja, ich weiß. Dach, der dritte. Der dritte ist. Der dritte ist. Was ist das? Happy, hier die Ehe, ja. Und wo ist der dritte dann? What the fuck? Okay, nochmal. Hä? Oh nein, nein. Ist okay. Dann habe ich immer alle gehabt. Egal. Gut. Okay, es geht sogar. Ups. Das war dumm. Oh man. Na ja. Na ja. Ja, es geht sogar, der Boss. Aber... Na ja. Geil ist halt was anderes, ne? Na ja. Ja, wenn man weiß, ich sage ja, dann geht's, ne? Na ja. Na gut. War geiler Fahrrad, wa? Und da ja vorher schon die 100 Kubo habe ich das nicht gebraucht. Aber dann habe ich den ersten immer übersehen. Krass. Oh man. Lost. Geil. Geil. Also haben wir da jetzt auch... Ähm... Warte, rubbeln wir mal jetzt noch schnell. Komm, ihr seid jetzt live dabei. Vielleicht kriegen wir ja alle Kuscheltiere schon. Oh nein, die werden wir noch nicht alle haben, oder? Ja. Ja. Also, danke liebe Leute, schon mal dann fürs Zuschauen. Bewert ein Abo da, ein Kommentar bei Interesse. Wär geil, äh... Und unterstützt mich für das schöne, schönige Let's Play. Ja. Ich weiß, wie gesagt, echt nicht, wie die Parts kommen. Also... Ich bin bei Mitte Jänner noch, wie gesagt. Und, äh... Bin schon so weit jetzt, also... Aber wie die Parts hochlaut, keine Ahnung, du. Ja, Origins soll ja nichts mehr kommen. Also... Das ist fertig, ne? Naja, und dann im nächsten Part, wie gesagt, machen wir die restlichen Timeruns, haben wir vorgenommen. Äh... Ich zeig euch quasi noch die 100%, die letzten Charaktere vielleicht noch. Also, was ich so alles hab. Ähm... Und... Und als kompletten Abschluss machen wir nochmal einen kompletten Run mit... Die Musiklieder, weil die einfach geil sind. Aber ich glaub nicht, dass ich das eben auch am ganzen Part schaff. Mal schauen. Und sonst mag es mal eins zum Parts wahrscheinlich, wenn ich nicht richtig rechnen. Was ja auch cool ist, ne? Und vielleicht für die Challenges dann noch was sagen. Ah, jetzt hab ich sogar ein Trophäe gekriegt. Kratz ich mich. Also hab ja alle Kupfentäre wahrscheinlich. Genau. Total live dabei jetzt. Genau. Ich lieb' sie, alle Kupfentäre. Voll cool. Also, ich hab selten ein Spiel so durchgespielt. Gut, mach' ich ein Wander. Hab' ich privat. Hab' ich natürlich auch die 100%. Aber das ist ja im Vergleich easy gewesen. Muss man auch sagen. Also, ich dachte... Ist schon ein Unterschied. Was ist das? Wir posten. Wir ballen. Das ist ja cool, oder? Die Robots, genau. Richtig cool. Genau, dann habt ihr's jetzt auch noch gesehen. Also, Creators haben wir doch. Origins haben wir. Die Challenges, die zeig' ich euch dann nochmal. Wie gesagt... Das, wie gesagt, das wäre das... Endprodukt sozusagen nochmal, weil's so geil ist. Helden. Könnt ihr euch... Also, die Heroes. Ja, Hero. Ja, man kennt's. Ähm... Immerhin. 366.000. Stark. Was ist das? Ja. 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 Der Ray Undertaler habe ich auch. Also, ich würde sagen, dann danke, liebe Leute. Und bis zum nächsten Mal. Dann gehen wir die Timerounds an nochmal. Danke, euer Badl. Tschüüüüü. War richtig nice, hat Spaß gemacht.